Musik Schönen Abend, vielen Dank, dass... Los geht's! Das Spiel hat begonnen! Das nenn ich mal eine Abwehr. Knallhart. Da kommt nichts durch. Weisbach? Fried Geyersson. Ja, geil. Monsterblock. Fried Geyersson. Schneider. Großartig, perfekt gehalten. Oh, den hab ich schon drin gesehen. Du, ich auch. Das war wirklich klar. Kraus. Sovitsch hat uns soeben gezeigt, welche Kraft in ihm steckt. Was war das denn für ein Teilhafen, den er da richtig eingeschweißt. Schneider. Klasse Abwehrarbeit. Da kommt überhaupt nichts durch. Ja, die stehen wie eine Wand. Es ist nicht leicht, eine Lücke zu finden. Wunderbar gemacht. Wunderbar gemacht. Raus. Raus. Hat es abgesehen auf Schulze. Die Abwehr ist heute Abend sehr aggressiv. Da gab es nichts zu halten. Was für ein sensationeller Wurf. Kraus. Und Tor. Was für eine Power bei diesem Wurf. Wahnsinn. Das nenne ich mal ein Statement. Ach du meine Güte. Was war das denn? Schneider. Und es steht unentschieden. Wie schon gesagt, der kleinste Fehler wird sich in diesem Spiel teuer zu stehen kommen. Fantastisch gehalten. Piss. Und in einer großartigen Reaktion. Das ist sehr aggressiver Abwehr. Die Angreifer bekommen wirklich alles zu tun. Tubic. Friedgarsson. Völzke. Fantastisches Tor. So sieht der Spielstand aus. Vier zu drei. Tubic. Tubic. Schneider. Sie verlieren den Ball. Sehr gutes Umschaltspiel. Super. Was für eine Parade. Also das nenne ich mal Reaktionsvermögen. Der Torwart ist einfach fantastisch. Der Torwart ist einfach fantastisch. Großartig. Tubic. Weisbach. Ihre Abwehr ist einfach sehr, sehr gut. Da muss sich der Angriff schon einiges einfallen lassen gegen diese Abwehr. Das ist wirklich nicht leicht. Und das ist einfach unglaublich. Friedgarsson. Tubic. Unglaublich. Einer der schnellsten Würfe dieses Spiels. Also von hier sah es aus wie 112 Gramm. Er ist drin. Tubic. Schneider. Das ist ein großartiges Spiel. Also Hut ab. Das ist auch schon sehr beeindruckend. Was er heute Abend abgeliefert hat. Ja. Gehalten. Tubic. Tubic. Kraus. Das nenne ich mal nach Abwehr. Da kommt nichts doof. Hand ist oben. Und jetzt muss der Anschluss kommen. Großartig. Perfekt gehalten. Wunderbar gemacht. Tubic. Tubic. Geht wirklich ran. Da gab es nichts zu halten. Was für ein sensationeller Wurf. Friedgarsson. Tubic. Fantastisches Tor. So sieht der Spielstand aus. Zehn zu sechs. Schneider. Großartig. Friedgarsson erhält eine zwei Minuten Zeitstrafe. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren. Also jetzt mit einem Mann weniger auf dem Feld. Monsterblock. Schneider. Hat es abgesehen auf Eggert. Eggert. Die gelbe Karte für Fülsse. Schneider. Für die Abwehr. Die zwei Minuten Zeitstrafe ist gerechtfertigt. Absolut. Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück. Chö. Fantastisch geil. Schneider. Die verlieren den Bar. Oh je, ein Foul durch. Tudic, das kann nur 7 Meter gehen. Perfekt ausgeführt, er wurde. Sehr gut, einfach, effektiv, problemlos, stärker los. Schneider geht wirklich ran. Weissbach kehrt ins Spiel zurück. Oh, das war knapp. Der Torball ist einfach fantastisch. Tudic, Tudic. Fried Geirsson. Das ist unglaublich, ein gewagter Wurf von Schneider. Der Torwart hält, das ist fantastisch. Und wie schon gesagt, heute Abend ist das Niveau sehr, sehr hoch. Sie verlieren den Ball. From coast to coast, wie man beim Basketball sagen würde. Eine Rakete. Also ich würde mal sagen, dieser Wurf hat die Scheibe heute nicht mehr. Und mit einer großartigen Reaktion. Sie bauen ihren Vorsprung weiter aus. Das sieht gut aus. Kraus. Das ist gut gezielt. Weissbach kehrt ins Spiel zurück. Oh, das war nicht gerade der beste Zeitpunkt, um es aus dem Rückraum zu versuchen. Also den hätte er nochmal ablegen können. Fried Geirsson hat es abgesehen auf... ...und der geht weit daneben. Ich finde die einfache Kinder nicht rein. Dann kannst du so ein Spiel und nicht gewinnen. Geht nicht. Oh je, eine ganz schlechte Entscheidung. Aber aus der Erfahrung, da stehen die Chance maximal 40, 50. Das ist wunderbar gemacht. Sensationelles Tor. Was für eine Kraft. Das hat er klasse gemacht. Two bitch. Two bitch. Das ist ein großartiges Spiel. Und das Spiel ist wieder in Gang.